Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Pre-Aniversary Patch Notes von Global sind eigentlich draußen. Und wir bekommen ja diesen neuen K-Pop Charakter, diesen Free K-Pop Charakter. Was er genau macht, das habe ich schon im vorletzten Video, glaube ich, gesagt, als das für JP angekündigt wurde. Ist ein anderer Charakter, ist relativ cool und sowas, aber nichts Besonderes. Ist halt K-Pop, was soll man sagen, Digga. Es war komplett random. Ich bin aufgestanden, aber immer war K-Pop da, Digga. Habe ich mir nicht vorstellen können, also jemals vorstellen können, dass das in Grand Cross überhaupt rauskommt, aber hier sind wir. Und ja, was soll man sagen. Auf jeden Fall den neuen Charakter bekommen wir. Und einige System Improvements. Unter anderem diesen Heroes Royale Missions kennen wir ja. Da bekommen wir diese Free Charaktere, die relativ gut sind, wenn du keine anderen Charaktere hast für Dinger Deathmatches. Und das finde ich geil, dass es diese Mission gibt, weil neue Spieler können dann easy Free Charaktere bekommen und damit Deathmatches machen. Und nicht mal so Bad Charaktere, sondern mit Deathmatches, den kannst du auch im PvP spielen. Ist relativ cool und sowas. Aber diese Mission haben wir ja schon länger. Haben wir schon länger, aber jetzt werden die noch einfacher zu machen sein. Und man wird jetzt auch sehen, welche anderen Rewards man bekommt, also welche anderen Charaktere, weil das konnte man bis jetzt ja noch gar nicht. Weil man hat immer nur gesehen, was man jetzt bekommt und man konnte nicht sehen, was der nächste Reward ist und sowas. Aber jetzt kann man gucken, was die nächsten Charaktere sind. Was ich geil finde, was ich mir auch immer gewünscht habe, weil ich wusste selber nicht, Digga, welche Charaktere da überhaupt noch kommen. Aber ich glaube, ich bin tatsächlich schon durch. Wenn nicht, wäre es ein bisschen random, aber ich habe ja alle, also wirklich legit alle Charaktere, die es da für Free gibt, habe ich ja alle schon. Deswegen auch alle schon gelevelt, deswegen juckt es ja nicht. Außer, Dinger, wer ist der Vater von Guild Thunder? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube, den habe ich nicht gelevelt. Ich glaube, den habe ich nicht gelevelt, aber ja. Dann Final Boss, Trophy Icon werden gechanged. Das juckt ja eigentlich niemanden. Das ist jetzt nur für Final Boss wichtig, weil jemand Rank 1, Rank 2 oder Rank 3 ist. Bezweifelt, dass einer von uns das sein wird, aber ja, aber egal. Dann bekommen wir jeden Tag für 10 Tage lang ein Ticket. Und mit diesen Tickets können wir dann bei ihr hier summen. Der Banner ist gar nicht gut, habe ich ja schon in meinem vorletzten Video gezeigt. Der Banner ist gar nicht. Der Banner ist komplett trash, also wirklich trash. Einzigste Gute ist Arthur, Excalibur Arthur, aber dann haben die meisten wahrscheinlich auch schon 6x so wie ich. Und ja, aber trotzdem geil, dass wir einen Free Banner bekommen. Aber was soll man sagen, ist auf jeden Fall nicht der krasste Free Banner, den wir bis jetzt jemals bekommen haben in Grand Cross. Dann wahrscheinlich noch so ein Story Event von dieser K-Pop Mädchen hier und sowas. Ja genau, Story Quest. Finde ich geil. Sind meistens immer Free Gems. Hoffentlich gibt es da auch so 4, 5, 6 Gems, weil jede Gems nehme ich an. Safe, safe. Und am Ende dann dieser 10 Multis, das ich vergessen zu sagen gerade, bekommt ihr sie dann garantiert kostenlos. Und ihr bekommt glaube ich ein Outfit auch noch bei diesen Belohnungen da, wenn ihr jetzt 4 Multis gemacht habt. Bekommt ihr dann ein Outfit, also das Headgear zum Beispiel. Bei 6 Multis bekommt ihr dann das Outfit. Ich weiß nicht genau, welche Zahlen das sind, aber ihr bekommt auf jeden Fall das Outfit. Und siehe kostenlos, weil nach diesen 10 Multis, falls ihr sie noch nicht gezogen haben solltet. Dann kommt das wieder weg. Das wurde ja rausgenommen und wurde gesagt, dass man das neu macht. Es wurde einfach schlechter gemacht. Dass Eskono drin ist, okay. Also das war glaube ich, nee. Alles anders, stimmt alles anders, okay. Erste hier, also es wurde komplett verändert. Erste hier war Eskono und Gottes Elisabeth. Keine Ahnung, warum King jetzt da ist. King ist tausendmal schlechter als Gottes Elisabeth. Gottes Elisabeth war zwar nicht so gut, aber ist Meta gerade mit Mile. Also erster Stage hier, also erster Edinger. Loyalty Points schon mal schlechter. Zweite Loyalty Points. Ich glaube ich war hier Arthur, Green Arthur. Gotha ist relativ cool für die, die ihn noch nicht haben. Neue Spieler oder sowas, relativ cool und sowas. Aber Arthur und Ban, würde ich sagen, gleichgestellt. Keine Ahnung, vielleicht Ban ein bisschen besser. Aber ich würde sagen, eigentlich auch gleich. Also es ist gleich scheiße geblieben. Und hier ist es zwar besser geworden, weil anstatt Assault Mandy ist jetzt Margret hier drinne. Weil da war ja Assault Mandy und Loli Merlin. Anstatt Assault Mandy ist jetzt Margret und Loli Merlin drinne. Aber, Problem ist, das ist paid. Hier, bis dahin bekommt ihr Free Sums jeden Tag. Für 14 Tage lang, glaube ich. Aber hier, bis um zu diesen Loyalty Points zu kommen, müsst ihr reinpainen. Ich glaube 30 oder 60 Gems. Müsst ihr reinpainen einfach. Richtig behindert. Also nicht reinpain, aber ihr müsst, ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst Gems ausgeben. Richtig behindert. Also wirklich richtig behindert. Ich glaube, ich werde es aber sogar tatsächlich machen, weil es wäre schon nice, meine Loli Merlin oder meine Margret auf 66 zu haben. Aber, richtig behindert. Das ist for free. Das ist for free. Und das müsst ihr reinpainen. Und das ist das Beste von allem. Und dann müsst ihr natürlich reinpainen. Das ist crazy, ist crazy. Das wurde schlechter gemacht. Das ist gleichgestellt geblieben. Ist richtig behindert. Ist richtig behindert. Ja, hier steht es ja. The daily free chants to draw can be used to acquire new heroes. Diamonds can be used to draw new heroes if there is no daily free chants left. Also, falls ihr jetzt hier alle daily schon weggemacht habt, weil ihr bekommt ja jeden Tag, 14 Tage lang eine free sum hier. Und ihr keine free sum mehr machen könnt, müsst ihr hier dafür Gems ausgeben. Richtig behindert. Richtig behindert, egal. Also wirklich. Ja, hier steht es ja. Daily free. Da könnt ihr euch immer so aussuchen. Nach 300 könnt ihr euch die beiden hier aussuchen. Ich sage, ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich dann, ich glaube nicht im S-Con, aber ich S-Con habe ich noch nicht 66. Dann hier. Wobei ich behalte die Festival Coin einfach. Stimmt, ich kann ja auch die Festival Coin behalten. Einfach stramm. Ähm, denn hier 450 könnt ihr einen von den beiden aussuchen. Ich sage euch ehrlich, Bann ist krass für Naito Boss, aber Gold für 66 zu haben, ist auch eigentlich fresh. Deswegen, keine Ahnung. Ähm, dann ja hier so ein Event wieder mit diesen Tickets und sowas. Bekommt ihr einfach bestimmte, ähm, Belohnungen. Aber wie immer, SA Coins und SSR Tickets. Äh, Dinge auch GD Mats, Bellmoth Mats. Juckt eigentlich nicht. Was wir auch noch im Pre-Anniversary Update bekommen, ist ein Final Boss Chandler. Was eigentlich relativ geil ist, aber ich habe mitbekommen von JP-Spielern, dass man einfach dieses Kostüm hier nicht für beide Chandler benutzen kann. Weil wir haben ja Dean Chandler und normalen Chandler, Bage Chandler. Und man kann dieses Kostüm einfach nicht für beide Chandler benutzen. Es geht einfach nicht. Wie ehrenlos ist das denn? Also das Kostüm sieht crazy aus. Ich finde es crazy. Ich finde es crazy. Aber man kann es einfach nicht für beide benutzen. Das ist richtig behindert. Das ist richtig behindert. dass man es nicht für beide benutzen kann. Also wirklich. Äh, also, in letzter Zeit machen die nur Scheiße mit diesen ganzen neuen Updates. Weil, Margareth, Ludo kann man gegenseitig benutzen. Ist ein komplett anderes Outfit. Also komplett anders. Ist schon ähnlich, aber anders. Äh, Sariel, Green Sariel, Red Sariel, kann man benutzen. Tamiel, Red Tamiel, Blue Tamiel, kann man benutzen. Nur bei Chandler geht es nicht. Richtig behindert. Das fackt mich richtig ab, weil es ist ein geiles Kostüm, ist, Digga. Ist ein geiles Kostüm, aber kann man einfach nicht benutzen, Digga. Richtig behindert. Und ja, wie immer, ab Top 50 bekommt ihr Setgear und dann ab Top, wie viel war das? Ah ne, ab Top 50 bekommt ihr auch 30 Gems, okay. Aber ab Top 5 bekommt ihr noch mehrere geilen Sachen. Und, vielleicht kommt da ein Tutorial, aber ich habe gehört, das ist relativ RNG-mäßig. Also richtig krass RNG-mäßig. Deswegen muss ich gucken, ob ich da ein Tutorial mache. Weil, normalerweise würde das Tutorial ja morgen oder übermorgen kommen. Aber übermorgen kommt auf jeden Fall der Stream. Und da mache ich ja dann nur noch die Patch Notes sozusagen von JP, von Anniversary Patch Notes. Also nicht Anniversary Patch Notes, sorry. Übermorgen kommt ja der Stream. Und dann mache ich da noch das Video für den neuen Charakter, der dann nächste Woche auf Global dann bei uns kommt. Weil der kommt ja auf JP schon am Donnerstag. Der neue Bun. Vom gestrigen Video, der Festival Bun. Und ja, hier bekommt ihr noch paar Rewards, wie immer. Dann Hawk Pass, neue Sachen, ganz entspannt. Und dann immer die Basic Sachen. Nochmal hier so, neue Missionen. Dann noch was für Nightwood Competition. Interessiert uns hier in den Patch Notes gar nicht. Ist ein relativ geiles, äh, was steht denn da? Bugfix, Octocon, Unique Epilogue, Lone Curl. Ah, ja, okay. Äh, Dinger Passes funktioniert nicht mit manchmal so richtig. Ja, okay, alles gut. Ähm, ja, relativ großes, kleines Pre-Any Update. Final Boss Chunter ist relativ cool. Leider kann man sein Kostüm nicht benutzen. Komplett Trash-Banner. Also, für neue Spieler ist er cool und sowas, aber, bessere Charaktere hätten die reinmachen müssen. Ich sag mal so, hätten die hier anstatt Bann Traitor-Mally rein gemacht. Verständlich. Hätte ich gemacht. Da Gott ist Elisabeth gelassen, wäre es ein geiler Banner gewesen, aber so nicht. So definitiv nicht. Und ja, diese K-Pop, dieses K-Pop-Mädchen da, was soll ich sagen, Dinger, bekommen wir halt einfach morgen für free. Kann man sich nicht beschweren. Das war's.